Schlangen sind in Florida heimisch, demnach für Bewohner und Bewohnerinnen ebenso wie für Fachleute nichts Ungewöhnliches. Manche Exemplare machen aber selbst Experten und Expertinnen sprachlos. Im Everglades Nationalpark entdeckten Forschende jüngst eine unglaubliche 5,5 Meter lange Tigerpython. Die Fachleute der Conservancy of Southwest Florida präsentierten das 98 Kilogramm schwere Tier bei einer Pressekonferenz staunenden Medienvertretern und Vertreterinnen wie Fokus.de berichtet. Nicht nur Größe und Gewicht waren dabei rekordverdächtig, auch die Zahl der Eier, die die Forschenden während der Autopsie in dem weiblichen Tier fanden, überstieg das Normalmaß bei Weitem. Die Pythorn trug 122 Eier in sich, bei einem durchschnittlichen Tier sind es nur 43. Auch was den Speiseplan angeht, mochte es die Monsterschlange gerne eine Nummer größer. Im Magen des Reptils fanden die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unter anderem die Überreste eines Weißwedelhirschs.